AHHHHHHHHHHHHHHHHH Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier Bei Fallout 4, im Gen...Di....Direkt..Inzi....Dingens...Labor Und der ist tot Das ist ein Gunner?? Ach es ist ein Gunner Wir suchen ja einen Runner Zwei völlig unterschiedliche Dinge Schon wieder ein runder Globus, so ein Schwachsinn Die versuchen das echt mit allen Mitteln Ein zu überzeugen So, ich will hier aber nichts übersehen Weil das ja von der Story her Uns hierher geführt hat Könnte ich mir fast vorstellen, dass wir hier wieder irgendwie Eine Wackelkopfpuppe oder sowas finden können Zumindest aber Irgendein cooles Heftchen Wie immer gilt Wenn ich irgendwas übersehe Schreibt mir das in die Kommentare Medics wirkt nicht mehr Das ist nicht schön Wir können ein paar Nuka-Colas mitnehmen Da kriegen wir zwar Radiation rein, wenn wir die trinken Aber Das ist nicht so schlimm Jetzt die Frage, wir schauen erstmal hier unten Obwohl hier geht es auch nach oben Gut Zur Zeit die Schrotflinte Unsere einzige Jetzt habe ich mich so erschrocken innerlich Ich wusste nicht Ich weiß nicht mal mehr, was ich gerade erzählen wollte Irgendwas ganz wichtiges Alter Schwede Und plötzlich Krieg Was ist da unten los? Wie viele sind da? 18 Schutzne Alter Die haben es voll auf unseren Hund abgesehen Hund So wir hauen uns aber auch trotzdem nochmal einen Medics rein Scheiße So der ist weg Problem ist ja Problem ist ja, dass die So schnell schießen können Ja Hund, jetzt reißt der im Zippel Das tut mir meiner Seele leid, wenn ich sehe, wie der Hund sich dann quält Aber wir können halt nichts machen Zur Zeit Wir müssen halt mal gucken, dass wir uns Selber Zeug herstellen können Hund, komm schon So schlimm ist es nicht Du machst wieder aus einer Mücke einen Elefanten So, wie sieht es denn hier aus? Hm? Herein Unser Hund ist so ein richtiger Profi-Fußballspieler, finde ich, manchmal Schmeißt sie auf den Boden, winselt, schreit Oh nein, mir geht es ja so schlecht Ein paar Sekunden später rennt er hier wieder lang Das ist nicht mehr normal Schmutzige Armee-Uniform Alles klar Wir sitzen jetzt eigentlich aus mit unserer Munition Nicht besonders gut Alter, ich schieße aber auch gerade richtig schlecht Ja, Hund Hey Warte da Auf ihn Spinnst du? Sag mal Der will uns töten Mann Ey, das kann doch nicht die einzige Waffe sein, für die wir noch Munition haben Ah, guck mal einer, schau Na, öh Freund Nase Da machst du aber keine 20 Mal mit mir Ja, und der Hund wieder Oh, mir geht es so schlecht Beachte mich bitte Der Runner ist jetzt im zweiten Stock Zweiter Eindringling im Osthügel beim Hof gesichtet Zweiter Eindringling Ich bin Pass mal auf, Leute Der zweite Eindringling wird 100 pro der Runner sein Weil die denken ja gerade, wir sind der Runner Und deswegen gehen die so auf uns ab Das ist alles Na, das ist super Zumindest haben wir hier Oh, ich dachte Ich dachte gerade, das ist eine Wackelkopfpuppe Oh, ich bin voll geil auf diese Wackelkopfpuppen, ne Wir speichern das Ganze mal So, mein erster Ne, das war mein letzter Hä? Wir müssen unbedingt unsere Waffen Verbessern Ich glaube, dann haben wir es deutlich einfacher Und wir müssen ein paar Punkte wieder darauf machen, dass wir mehr Munition finden Oh, die Arme So Das ist ja der Shit Hat die versucht Irgendwie bevor Leute kamen Hat die versucht Sieht jedenfalls aus Ihr ganzes Geld da rein zu Hm Wirft 10% des Nahkampfschadens zurück auf den Angreifer Ist ja der Shit, Leute Ziehen wir uns gleich an Die ist nämlich besser als das, was wir haben Da Von 8 4 auf 9 5 Danke Hier ist ein Telefon auf Klo Ja Das ist ein Mobiltelefon Okay, wir müssen hier durch Was? 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 Stange Zigaretten Nehmen wir immer mit Kriegen wir auch Stoff von Massachusetts Chirurgenblatt Perfekt Du verursachst dauerhaft plus 2% Körperteilschaden Das ist nice Nice Ein Kursparvertrag Alles klar Haben wir gar nichts mehr Buff out Maddox Nuka Cola Schmutziges Wasser Muss jetzt einfach sein Machen wir einen Red Away Und dann ist wieder alles gut So, die ist weg Sommer Schlag meinen Hund nicht Hast du gut gemacht Dogmeat Mit Visier Brand Das nehmen wir mal mit Das können wir ausbauen Das nicht So, jetzt geht hier keiner mehr Auf den Sack Hier ist ein Lüschte Treppenhäuser und Gänge Verbarrikadieren Falls noch nicht geschehen Superkleber Supergeil Nehmen wir mit Abraxo Putzmittel Brauchen wir nicht Zumindest denke ich das nicht Moment Erst wollen wir ihn Alter, oder Da oben ist wirklich noch Ein Runner am Stüssel Geht schon Erstmal hier unten rein Da ist eine Wirbelsäule Im Aktenschrank Leute Klebebandrolle Hm Noch eine Nuka Cola Nehmen wir mal mit Die sind ganz gut Ich nehme die sonst Immer nicht mit Weil wir ja sonst Eigentlich immer Stimpacks hatten Aber jetzt Wo wir gar nichts mehr haben Ist das schon Nicht verkehrt Dogmeat Hey Hier drüben Hey Wie geht's dir, Kumpel? Beste Gespräch ever Fuck you Erkennungsmarken Keine Ahnung, ob die wichtig sind Ey, wir haben immer nur ein Stimpack Ist halt ultra schlecht Alter Schwede Also immer einer sagen Dogmeat ist nicht cool Hä, verstehst du? Weil kalt und so Leute Leute, Nuka Cola Wo bist du? Da bist du Ach komm Was können wir denn machen? Medics können wir nehmen Buffouts Ich will den Kopf Dieser Mist Ja Ja Können die sich nicht selber in die Luft jagen? Leute, ich glaube, wir sterben jetzt So Scheiß drauf Munition fehlt Da komm ich hier so geil reingerannt Oder was? Dann mach ich hier so ein Aufhebens, Alter Und dann kann ich da ganz kurz schießen Und das war's dann Das wird zu hart für dich, Kumpel Scheiß, wir sind hier Ja, weiß ich Reib's mir doch nicht noch unter der Nase Scheiße Kontakt zu Sektoren 2 und 4 abgebrochen Halt die Klappe Gib mir hier ein paar Stimpacks Greife den Feind an Nee, mach's nicht Das wäre völlig gemein Komm, und hier haben wir jetzt Ein Lager voller Stimpacks 80 Stimpacks Du mir auch Fuck you Ja, ein Werkzeug hast Da werden wir nichts drin finden, Leute Ich glaube, wir haben Ein Riesenproblem Wir sollten auf jeden Fall Super toll Wir sollten auf jeden Fall Mal skillen, dass wir uns unsere eigenen Stimpacks herstellen können Weil ansonsten machen wir es hier wahrscheinlich nicht mehr so lange Die haben halt auch alle Keine Stimpacks bei Mann, Mann, Mann Was mache ich jetzt? Äh, Baseballhandschuhe anziehen Nein Niemand Du bist tot Alter Hund Mach die weg Das sind noch mehr Wir haben alle nur Geld bei uns Und so ein Shit Ich mein, Geld ist toll, aber Nicht, wenn du halb tot bist Haben wir irgendwie eine Splittergranate Impuls Splittergranate Alter Das ist so krass, Leute Nein Wir sind tot Wir sind tot Nein Wir sind tot